Monsignor Wasinski. Günter Achterberg. I'm honored. Belatet die Beiforfen da. Wenn man nicht weiß, was wir wissen, sagt einem das doch nichts. Alles, was ich erzähle, muss zwischen uns bleiben. Okay. Ich denke, Isabel und Günter haben eine Verhaltung. Isabel? Komm mal hier. Jetzt kommen wir voran. Wo bist du? Onderweg. Wie geht es weiter? Ich habe eine Verwaltung für dich. Kann ich sagen, Monsignor Wasinski, dass du eine klare Person bist? Dass du eine Veränderung bist, die dir nicht möglich ist? Auf der Brücke, du sprichst ein Wort in meine Beiforfen. Was bedeutet das? Mama. Was wissen Sie von meiner Mutter? Es gibt Indikationen, dass deine Mutter still alive ist. Los geht's. Es ist Schiff. Hund. Mein Gott, Luca... Hund. Du kennst dich, dit gibt? Nein. V titre Fermat myös